heute abend heute abend der überragendste rap den man sich nur vorstellen kann von meinem alten kumpel attila hildmann attila vegan to go kann man auch super gut mitnehmen dieses ding auf seite 159 für idioten geschrieben und schmeckt überragend was da so alles drin ist das werdet ihr gleich sehen und ich passe jetzt einfach mal rein rotkohl quinoa tomaten avocadogürfel so geil das ist so so unfassbar geil in zitronen saft gebratenes tempel vor drei jahren wusste ich gar nicht dass sowas gibt das dressing da lasst ihr jedes dressing verstehen also wenn ihr früher gerne mal big mac gegessen habt wegen des dressings esst ihr nie wieder dieses dressing hier unfassbar mit knoblauch cashew mousse walnussöl senf essig ein bisschen reismild paprika pulver edelsüß agaven sich sagt pfeffer und salz dieses ding hier ist so unfassbar geil das ist mir jetzt das nächste wurde schönen Abend noch rauskuchen und blau Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018